Achtes Kapitel Mehrere Weckuhren gelten und rasselten fast gleichzeitig los, noch im Dunkeln, denn es war erst sechs Uhr, und die zuerst aus den Betten kamen, zündeten die Deckenbirne wieder an. Nur Stanko kümmerte sich nicht um die Reveille und blieb liegen. Da ich vom Schlaf sehr erfrischt und heiter war, konnte mich das lästige Gedränge von zerzausten, gähnenden, die Gliederreckenden und ihre Nachthemden über den Kopf ziehenden Burschen im engen Mittelgange der Koje nicht allzu sehr verstimmen. Auch den Streit um die fünf Waschgelegenheiten, fünf für sieben der Reinigung bedürftige Gesellen, ließ ich meinem Frohsinn nichts anhaben, ungeachtet, dass das Wasser in den Krügen nicht reichte und einer um den anderen splitternackt auf den Gang hinauslaufen musste, um aus der Leitung Neues zu holen. Auch bekam ich, als ich es den anderen mit Seifen und Planschen gleich getan, nur ein schon sehr feuchtes Handtuch, das zum Abtrocknen wenig mehr tauchte. Dafür durfte ich teilhaben an einigem heißen Wasser, das der Liftboy und der Kellnerlehrling sich gemeinsam auf einem Spirituskocher zum Rasieren bereiteten und konnte, während ich mit schon geübten Strichen mein Messer über Wangen, Lippe und Kinn führte, mit ihnen in eine Spiegelscherbe blicken, die sie auf den Fenstergriff zu praktizieren gewusst hatten. »Hey, Botte!« sagte Stanko zu mir, als ich gescheitelten Haares und reinen Angesichts, um mich fertig anzukleiden und, wie alle es taten, mein Bett in Ordnung zu bringen, in den Schlafraum hinüberkam. »Hans oder Fritz, wie heißt du?« »Felix, wenn es Ihnen recht ist,« antwortete ich, »auch gut! Wollen Sie so gut sein, Felix, mir aus der Kantine eine Tasse Kaffee au lait mitzubringen, wenn Sie gefrühstückt haben? Ich bekomme sonst nichts, bis mittags vielleicht eine Schleimsuppe erscheint. Überhaupt nichts!« »Mit Vergnügen«, erwiderte ich, »gern will ich das tun. Ich bringe Ihnen vor allem einmal eine Tasse und komme dann sehr bald noch einmal wieder.« Ich sagte das aus zwei Gründen. Erstens, weil beunruhigenderweise mein Koffer zwar ein Schloss hatte, mir aber der Schlüssel dazu fehlte und ich dem Stanko keineswegs über den Weg traute. Zweitens aber, weil ich an das gestrige Gespräch mit ihm wieder anzuknüpfen und zu vernünftigeren Bedingungen die Adresse von ihm zu erfahren wünschte, die er mir angeboten. In der geräumigen Kantine des Employers, zu der man sich über den Gang bis an sein Ende begab, war es warm und anmutend durch den Duft des Morgengetränks, das der Quentinier und seine sehr dicke und mütterliche Frau hinter dem Buffet aus zwei blanken Maschinen in Tassen füllten. Der Zucker lag schon in den Schalen und die Frau goss Milch nach und fügte jeder eine Brioche hinzu. Ein großes Gedränge von allerlei Hotelgesinde aus verschiedenen Dortois war hier, Saalkellner darunter in blauen Frecken mit Goldknöpfen. Meistens trank und aß man im Stehen, aber auch für einige Tischchen war Sorge getragen. Meinem Versprechen gemäß erbarte ich von der Mütterlichen eine Tasse pour le pouvoir malade du numéro quatre, und sie reichte mir eine, indem sie mir mit dem Lächeln, an das ich fast von jedermann gewöhnt war, ins Gesicht blickte. Pas en quoi équipe? fragte sie, und ich erklärte ihr kurz meine Lage. Dann eilte ich zu Stanko zurück, ihm seinen Kaffee zu bringen, und wiederholte ihm, dass ich sehr bald wieder vorsprechen würde. Er lachte höhnisch hinter mir drein, da er meine beiden Gründe recht wohl verstand. Wieder in der Kantine sorgte ich denn auch für mich, schlürfte meinen Kaffee au lait, der mir außerordentlich mundete, da ich lange nichts Warmes genossen hatte und aß meine Brioche dazu. Der Raum begann sich zu leeren, da es allgemein sieben Uhr geworden war. So konnte ich es mir an einem der mit Wachstuch bespannten Tischchen bequem machen, zusammen mit einem befragten Comis de Salle, schon reiferen Alters, der sich Zeit nahm, ein Päckchen Zigaretten hervorzuziehen und eine der Kaporals in Brand zu stecken. Ich brauchte ihn nur anzulächeln und etwas mit einem Auge zu zwinken, so gab er auch mir eine. Mehr noch, als er nach kurzem Gespräch, worin ich auch ihm über meinen noch schwebenden Zustand Auskunft gab, aufstand und ging, ließ er mir das noch halbvolle Päckchen als präsent zurück. Der Rauch des schwarzen, würzigen Knasters ging mir nach dem Frühstück recht wohlig ein, und doch durfte ich mich nicht lange dabei versäumen, sondern musste zurück zu meinem Patienten. Er empfing mich mit einer Verdrießlichkeit, die leicht als gespielt zu erkennen war. »Wieder da?« fragte Herr Mürisch, »was willst du? Ich brauche deine Gesellschaft nicht. Ich habe Kopf- und Halsschmerzen und gar keine Lust zu schwätzen.« »Es geht Ihnen also nicht besser?« antwortete ich, »das tut mir leid. Eben wollte ich mich danach erkundigen, ob Sie der Kaffee nicht etwas aufgemuntert hat, den ich Ihnen aus selbstverständlicher Gefälligkeit brachte.« »Ich weiß schon, warum du mir Kaffee gebracht hast. Ich mische mich aber nicht in deine dämlichen Geschäfte. Du Gimpel wirst ja doch nur verderben.« »Sie sind es,« entgegnete ich, »der von Geschäften anfängt. Ich sehe nicht ein, weshalb ich Ihnen in Ihrer Einsamkeit nicht etwas Gesellschaft leisten sollte, auch ohne Geschäfte. Man wird sich um mich sobald nicht kümmern, und ich habe mehr Zeit, als ich brauchen kann. Fassen Sie es so auf, dass ich etwas davon mit Ihrer Hilfe hinbringen möchte.« Ich setzte mich auf das Bett unter dem Seinen, was aber den Nachteil hatte, dass ich ihn von dort nicht sah. »So ist kein Reden«, fand ich, und stellte mich notgedrungen wieder vor seinem Lager auf. Er sagte, »Es ist ein Fortschritt, dass du einsiehst, dass du mich nötig hast, und nicht ich dich.« »Wenn ich recht verstehe«, erwiderte ich, »spielen sie auf ein Angebot an, das sie mir gestern gemacht haben. Sie kommen freundlicherweise darauf zurück. Das verrät aber doch, dass auch sie ein gewisses Interesse daran haben.« »Ein verflucht geringes. Du Hansdampf wirst diesen Kram ja doch nur verplempern. Wie bist du überhaupt zu ihm gekommen?« Durch reinen Zufall. Tatsächlich, weil ein vergnügter Augenblick es so wollte und fügte. »Kennt man. Mag übrigens sein, dass du mit deiner Glückshaut geboren bist. Du hast sowas. Zeig doch deine Kleinigkeiten nochmal hier, dass ich sie so ungefähr abschätze.« So erfreut ich war, ihn so viel weicher zu finden, sagte ich doch, »Das will ich lieber nicht, Stanko. Wenn jemand käme, so könnte das leicht zu Missverständnissen führen.« »Ist übrigens auch nicht nötig,« sagte er, »ich habe gestern alles ziemlich genau gesehen. Mach dir keine Illusionen über den Topaz-Schmuck, er ist.« Schon zeigte sich, wie recht ich gehabt hatte, auf Störungen gefasst zu sein. Ein scheuer Weib mit Eimerlappen und Besen kam herein, um im Waschraum die Wasserlachen aufzutrocknen und Ordnung zu machen. Solange sie da war, saß ich auf dem Unterbett und wir sprachen kein Wort. Erst als sie in ihren klappernden Pantinen wieder hinausgelatscht war, fragte ich ihn, was er habe sagen wollen. »Ich sagen«, verstellte er sich aufs Neue. »Du wolltest was hören, aber ich wollte gar nichts sagen. Höchstens wollte ich dir raten, dir nicht viel einzubilden auf den Topaz-Schmuck, mit dem du gestern so lange liebäugeltest. So ein Plunder kostet viel, wenn man ihn bei Falizé oder Tiffany kauft, aber der Erlös ist ein Dreck.« »Was nennen sie einen Dreck?« »Pahr hundert Franken.« »Nun, immerhin.« »Du Trottel sagst zu allem gewiss immerhin. Das ist ja mein Ärger, wenn ich nur mit dir gehen oder gleich die Sachen selbst in die Hand nehmen könnte.« »Nein, Stanko, wie könnte ich das verantworten? Sie haben ja Temperatur und müssen das Bett hüten.« »Schon gut. Im Übrigen könnte ich selbst aus dem Kamm und der Brosche kein Rittergut herausschlagen. Auch aus der Busennadel nicht trotzdem Saphir. Das Beste ist noch die Kette. Die ist gut und gern 10.000 Franken wert. Und von den Ringen gleichfalls ist einer oder der andere nicht zu verachten. Wenn ich wenigstens an den Rubin und an die graue Perle denke, kurz, flüchtig überschlagen, 18.000 Franken, macht alles zusammen schon aus.« »Das war ungefähr auch meine Schätzung. Sieh an, hast du denn überhaupt einen Schimmer?« »Oh, doch. Die Juwelierauslagen zu Hause in Frankfurt waren immer mein Lieblingsstudium.« »Sie meinen aber wohl nicht, dass ich die vollen 18.000 werde bekommen können?« »Nein, Säelchen, das meine ich nicht. Aber wenn du dich nur ein bisschen zu wehren weißt und nicht zu allem und jedem dein immerhin sagst, so solltest du es gut auf die Hälfte doch bringen können.« »10.000 Franken also. 10.000, so viel wie in Wahrheit bloß schon die Diamantkette wert ist. Darunter darfst du es, wenn du halbwegs ein Mann bist, keineswegs tun. Und wohin raten sie mir, mich zu wenden? Aha, jetzt soll ich dem Schönen was schenken? Jetzt soll ich dem Pinsel aus purer Verliebtheit meine Kenntnisse gratis auf die Nase binden?« »Wer spricht von Gratis, Stanko. Ich bin doch natürlich bereit, mich ihnen erkenntlich zu zeigen. Nur fand und finde ich, was sie gestern von Halbpart sagten, doch etwas übertrieben.« »Übertrieben? Halbpart ist bei solchem Gemeinschaftsgeschäft die natürlichste Teilung von der Welt, die Teilung, wie sie im Buche steht. Du vergisst, dass du ohne mich so hilflos bist wie der Fisch auf dem Trocknen und dass ich dich außerdem bei der Direktion verpfeifen kann. Schämen Sie sich, Stanko. So etwas sagt man nicht einmal, geschweige denn, dass man es täte. Sie denken auch nicht daran, es zu tun und müssen mich schon bei der Überzeugung lassen, dass Sie ein paar tausend Franken dem Verpfeifen vorziehen werden, von dem Sie gar nichts haben. Du unterstehst dich, mir mit ein paar tausend Franken zu kommen? Darauf läuft es locker geredet hinaus, wenn ich Ihnen loyalerweise ein Drittel der zehntausend Franken zu billige, die ich nach Ihrer Meinung lösen muss. Sie sollten mich loben dafür, dass ich mich ein bisschen zu wehren weiß und sollten das Vertrauen daraus schöpfen, dass ich auch bei dem Halsabschneider meinen Mann stehen werde.« »Komme her«, sagte er und sagte, als ich nahe zu ihm herangetreten war, gedämpft und deutlich. »Quatre vingt douze, Rue de l'échelle au ciel.« »Quatre vingt douze, Rue de l'échelle au ciel«, kannst du nicht hören. Was für ein ausgefallener Name. Wenn sie doch seit Jahrhunderten von Jahren so heißt, nimm den Namen als gutes Omen. Es ist eine sehr merkwürdige kleine Straße, nur etwas weit, irgendwo hinter dem Cimetière Montmartre. Du hilfst dir am besten nach Sacré Cœur hinauf, was ein klares Ziel ist. Gehst durch den Jardin zwischen Kirche und Friedhof und verfolgst die Rue d'Amremont in der Richtung auf den Boulevard Ney. Bevor die d'Amremont auf die Championnée stößt, geht ein Sträßchen nach links, Rue de Vierge Prudent. Von der zweigt deine Echelle ab. Du kannst im Grunde nicht fehlen.« »Wie heißt der Mann?« »Einerlei«, er nennt sich Uhrmacher und ist es auch unter anderem. »Mach und benimm dich gar nicht so ähnlich wie ein Schaf. Ich habe dir die Adresse nur gesagt, um dich loszuwerden und meine Ruhe zu haben. Was mein Geld betrifft, so merke dir, dass ich dich jederzeit verpeifen kann.« Er drehte mir den Rücken. »Ich bin Ihnen aufrichtig verbunden, Stanko«, sagte ich, »und seien Sie versichert, dass ich Ihnen keinen Anlaß geben werde, sich bei der Direktion über mich zu beklagen.« Damit ging ich im Stillen mir die Adresse wiederholend. Ich kehrte in die nun vollkommen verödete Kantine zurück, denn wo sollte ich sonst wohl Aufenthalt nehmen? Ich hatte zu warten, bis man sich drunten meiner erinnern würde. Zwei gute Stunden saß ich, ohne mir die geringste Ungeduld zu erlauben. An einem der Wachstuchtischchen rauchte noch einige meiner Kaporals und hing meinen Gedanken nach. Es war zehn Uhr nach der Wanduhr in der Kantine, als ich auf dem Gang mit spröder Stimme meinen Namen rufen hörte. Ich war noch nicht an der Tür, als der Chasseur schon durch diese hineinrief »L'Employer Felix Krul« zum Herrn Generaldirektor. »Das bin ich, lieber Freund. Nehmen Sie mich nur mit. Und wer ist der Präsident der Republik? Ich bin ganz bereit, mich vor Ihnen zu stellen.« »So viel besser, lieber Freund«, gab er ziemlich frech meine freundliche Anrede zurück und maß mich mit den Blicken. »Folgen Sie mir, wenn's gefällig ist.« Wir stiegen eine Treppe hinab, und im vierten Stock, dessen Gänge viel breiter waren als der untere oben, und mit schönen roten Läufern belegt, klingelte er nach einem der Personenaufzüge, die hier mündeten. »Wir hatten etwas zu warten.« »Wir kommt es denn, dass das Rhinozeros dich selber sprechen will?« fragte mich der Bursche. »Sie meinen Herrn Stürzli?« »Beziehungen, persönliche Verbindungen«, warf ich ihn. »Warum nennen Sie ihn übrigens Rhinozeros?« »C'est sans briquet, pardon, ich habe ihn nicht erfunden. Aber bitte, ich bin sehr dankbar für jede Information«, erwiderte ich. Der Fahrstuhl war sehr hübsch getäfelt und elektrisch erleuchtet, mit einer roten Sametbank versehen. Ein Jüngling, in jener sandfarbenen Livree mit roten Litzen, bediente den Schalthebel. Er landete erst zu hoch, dann beträchtlich zu tief, und über die so entstandene steile Stufe ließ er uns einsteigen. »Tu n'apprendras jamais au stag«, sagte mein Führer zu ihm, »à manière cette gondole. Pour toi, je me chaufferai«, erwiderte der andere grob. Das missfiel mir, und ich konnte nicht umhin zu bemerken, »die Schwachen sollten einander nicht Verachtung erzeigen. Das wird ihre Stellung wenig stärken in den Augen der Mächtigen.« »Tiens«, sagte der zurechtgewiesene, »en Philosoph.« Wir waren schon unten. Während wir von den Lifts am Rande der Halle hin gegen die Rezeption und an ihr vorbeigingen, bemerkte ich wohl, dass der Chasseur mich wiederholt neugierig von der Seite ansah. Es war mir immer lieb, wenn ich nicht nur durch die Annehmlichkeit meines Äußeren, sondern auch durch meine geistigen Gaben Eindruck machte. Das Privatbüro des Generaldirektors lag hinter der Rezeption an einem Gange, dessen andere Türen der seinen Gegenüber zu Billard- und Leseräumen führten, wie ich sah. Mein Führer klopfte behutsam an, öffnete uns auf ein Grunzen im Innern und lieferte mich die Mütze am Schenkel mit einer Verbeugung ein. Herr Stürzli, ein Mann von ungewöhnlicher Körperfülle mit grauem Spitzbärtchen, das an einem wulstigen Doppelkinn kein rechtes Unterkommen fand, saß Papiere durchblätternd an seinem Schreibtisch, ohne mir vorläufig Beachtung zu schenken. Seine Erscheinung machte mir den Spottnamen, den er beim Personal führte, wohl begreiflich, denn nicht nur, dass sein Rücken überaus massig gewölbt, sein Nacken äußerst speckig gedrungen war, so wies tatsächlich der vordere Teil seiner Nase auch eine hornartige erhabene Warze auf, die die Berechtigung des Namens vollendete. Dabei waren seine Hände, mit denen er die durchgesehenen Papiere, der Länge und Breite nach, zu einem ordentlichen Haufen zusammenstieß, erstaunlich klein und zierlich im Verhältnis zu seiner Gesamtmasse, die aber überhaupt nichts Unbeholfenes hatte, sondern, wie das zuweilen bei den korpulentesten Leuten vorkommt, eine gewisse elegante Tornue zu bewahren wusste. »Sie sind also dann«, sagte er in schweizerisch gefärbtem Deutsch, »noch mit dem Zurechtstoßen der Papiere beschäftigt, der mir von befreundeter Seite empfohlene junge Mann, Krull, wenn ich nicht irre, Sessa, der den Wunsch hat, bei uns zu arbeiten?« »Ganz wie Sie sagen, Herr Generaldirektor«, erwiderte ich, indem ich, wenn auch mit Zurückhaltung, etwas näher herantrat, und hatte dabei nicht zum ersten Mal noch zum letzten Gelegenheit, ein seltsames Phänomen zu beobachten. Denn da er mich ins Auge fasste, verzerrte sich sein Gesicht zu einem gewissen ekelen Ausdruck, der, wie ich genau verstand, auf nichts anderes als auf meine damalige Jugendschöne zurückzuführen war. Männer nämlich, denen der Sinn ganz und gar nach dem Weiblichen steht, wie es bei Herrn Stürzli mit seinem unternehmenden Spitzbärtchen und seinem galanten Ambon-Pont zweifellos der Fall war, erleiden, wenn ihnen das sinnlich Gewinnende in Gestalt ihres eigenen Geschlechtes entgegentritt, oft eine eigentümliche Beklemmung ihrer Instinkte, welche damit zusammenhängt, dass die Grenze zwischen dem Sinnlichen in seiner allgemeinsten und in seiner engeren Bedeutung nicht so ganz leicht zu ziehen ist. Die Konstitution aber dem Mitsprechen dieser engeren Bedeutung und ihrer Gedankenverbindungen lebhaft widerstrebt, wodurch eben jene Reflexwirkung ekeln Grimassierens sich ergibt. Um einen wenig tiefreichenden Reflex, natürlich kann es sich da nur handeln, denn gesitteterweise wird der Betroffene den fließenden Charakter genannter Grenze eher sich selbst zur Last legen als dem, der sie ihm in aller Unschuld bemerklich macht und ihn seiner ekele Beklemmung nicht entgelten lassen. Das tat auch Herr Stürzli in keiner Weise, besonders da ich Angesicht seines Reflexes in ernster, ja strenger Bescheidenheit, die Wimper senkte. Im Gegenteil war er sehr leutselig zu mir und erkundigte sich. Was macht er denn, mein alter Freund, ihr Onkel, der Schimmelprester? Verzeihung, Herr Generaldirektor, erwiderte ich. Er ist nicht mein Onkel, aber mein Pate, was freilich fast noch mehr besagen will. Ich danke der Nachfrage. Es geht meinem Paten sehr gut nach allem, was ich weiß. Er genießt als Künstler des größten Ansehens im ganzen Rheinland und darüber hinaus. Ja, ja, kurioser Kauz, kurioses Huhn, sagte er. Wirklich? Hat er Erfolg? Eh bien, desto besser. Kurioses Huhn. Wir waren hier damals ganz gut miteinander. Ich brauche es nicht zu sagen, fuhr ich fort, wie dankbar ich Professor Schimmelprester dafür bin, dass er ein gutes Wort für mich bei Ihnen, Herr Generaldirektor, eingelegt hat. Ja, das hat er. Was? Professor ist er auch? Wieso denn? Mais passons. Geschrieben hat er mir irrentwegen. Und ich habe ihn auch nicht abfallen lassen, weil wir damals hier so manchen Jux miteinander gehabt haben. Aber ich will Ihnen sagen, lieber Freund, es hat seine Schwierigkeiten. Was sollen wir mit Ihnen anfangen? Sie haben doch offenbar im Hoteldienst nicht die geringste Erfahrung, sind überhaupt noch nicht dafür angelernt. Ohne Überhebung, glaube ich, voraussagen zu können, war meine Erwiderung, dass eine gewisse natürliche Anstelligkeit überraschend schnell für meine Ungelernteit aufkommen wird. Na, meinte er neckisch, Ihre Anstelligkeit, die bewährt sich wohl vorwiegend bei hübschen Frauen. Er sagte, das meiner Ansicht nach aus folgenden drei Gründen. Erstens nimmt der Franzose, und ein solcher war Herr Stürzli ja längst, das Wort hübsche Frau überhaupt sehr gern in den Mund zum eigenen Vergnügen und zudem aller anderen. Une jolly femme, das ist dortzulande der populärste Scherz, mit dem man sicher ist, sofort den heiter sympathischsten Anklang zu finden. Es ist das ungefähr so, wie wenn man in München das Bier erwähnt. Dort braucht man nur dieses Wort auszusprechen, um allgemeine Aufgeräumtheit zu erzielen. Dies zum ersten. Zweitens und tiefer hinabgesehen, wollte Stürzli, indem er von hübschen Frauen sprach und über meine mutmaßliche Anstelligkeit bei ihnen witzelte, die Beklemmung seiner Instinkte bekämpfen, mich in gewissem Sinne loswerden und mich sozusagen nach der weiblichen Seite abschieben. Das verstand ich ganz gut. Drittens aber, man muss sagen, im Widerspruch zu diesem Bestreben hatte er es darauf abgesehen, mich zum Lächeln zu bringen, was doch nur dazu führen konnte, dass er jene Beklemmung aufs Neue erprobte. Offenbar war es ihm verworrenerweise eben darum zu tun. Das Lächeln, so bezwingend es war, musste ich ihm gewähren und tat es mit den Worten, sicherlich stehe ich auf diesem Gebiet, wie auf jedem anderen, weit hinter Ihnen, Herr Generaldirektor, zurück. Es war schade um diese Achtigkeit, denn er hörte gar nicht darauf, sondern sah nur mein Lächeln an, das Gesicht wieder zur Grimasse des Widerwillens verzerrt. Er hatte es nicht anders gewollt, und mir blieb nichts übrig, als, wie vorher, in strenger Sitzsamkeit die Augen niederzuschlagen. Auch ließ er mich's nach wie vor nicht entgelten. »Das alles ist ganz gut, junger Mann«, sagte er, »aber die Frage ist, wie es um Ihre Vorkenntnisse steht. Sie schneien hier so nach Paris herein, sprechen Sie denn auch nur Französisch?« Das war Wasser auf meine Mühle. In mir jauchzte es auf, denn mit dieser Frage nahm das Gespräch eine Wendung zu meinen Gunsten. Es ist hier der Ort, eine Anmerkung über meine Begabung überhaupt für allerlei Zungen der Völker einzuschalten, die stets enorm und geheimnisvoll war. Universell von Veranlagung und alle Möglichkeiten der Welt in mir hegend, brauchte ich eine fremde Sprache nicht eigentlich erlernt zu haben, um, wenn mir auch nur etwas davon angeflogen war, für kurze Zeit wenigstens den Eindruck ihrer flüssigen Beherrschung vorzuspiegeln, und zwar unter so übertrieben echter Nachahmung des jeweiligen nationalen Sprachgebarens, dass es ans Possenhafte grenzte. Dieser nachspöttelnde Einschlag meiner Darbietung, die ihrer Glaubwürdigkeit nicht nur nicht gefährlich wurde, sondern sie sogar erhöhte, hing mit einer beglückenden, beinahe ekstatischen Erfülltheit vom Geiste des Fremden zusammen, in den ich mich versetzte, oder von dem ich ergriffen wurde, einem Zustande der Inspiration in welchem mir, zu meinem eigenen Erstaunen, das nun wieder den Übermut meiner Travestie verstärkte, die Vokabeln, Gott weiß woher, nur so zuflogen. Was nun freilich vorerst einmal das Französische betraf, so hatte meine Zungenfertigkeit einen weniger geisterhaften Hintergrund. » Ah, voyons, Monsieur le Directeur Général, sprudelte ich los, und zwar mit höchster affectation. » Vous me demandez sérieusement si je parle français mille fois, pardon, mais cela m'amuse. D'effet, c'est plus ou moins ma langue maternelle, ou plutôt parternelle, parce que mon pauvre père, qu'il repose en paix, nourrissait dans son tendre cœur un amour presque passionné pour Paris et profitait de toutes occasions pour s'arrêter dans cette ville magnifique dont leurs soins les plus intimes lui étaient familiers. Je vous assure, il connaissait des ruelles aussi perdues comme, disons, la rue de l'échelle au ciel. Bref, il se sentait chez soi à Paris comme nulle part au monde. La conséquence ? Voilà la conséquence. Ma propre éducation fut de bon part française et l'idée de la conversation, je l'ai toujours conçu comme l'idée de la conversation française. Causé ? C'était pour moi causé en français, et la langue française ? Ah, messieurs, cette langue est l'élégance de la civilisation, de l'esprit, elle est la langue de la conversation, la conversation elle-même. Pendant toute mon enfance heureuse, j'ai causé avec une charmante démoiselle de VV, vivait en Suisse, qui prenait soin de petits gars de bonne famille, et c'est elle qui m'a enseigné des vers français, vers exquisis, qui je me répète dès que j'en ai le temps et qui littéralement fondes sur ma langue. «Hirondelle de ma patrie, de mes amours, ne me parlez-vous pas ? Hören Sie auf ! » Unterbrach er mein Sturzbach, gleiches Geplapper. «Hören Sie sofort ! » Auf mit der Poesie ! Ich kann keine Poesie vertragen ! » Sie kehrt mir den Magen um. «Wir lassen hier in der Halle zum Pfeife-Clock manchmal französische Dichter auftreten, wenn Sie etwas anzuziehen haben, und lassen Sie Ihre Verse rezitieren. Die Damen haben das gern. Aber ich halte mich so fern wie möglich, davon der kalte Schweiß bricht mir dabei aus. Je suis désolé, Monsieur le Directeur général, je suis viollement tenté de maudire la Poesie. Schon gut, do you speak English ? » Tat ich das ? Ich tat es nicht, oder konnte doch höchstens für drei Minuten so tun, als täte ich es, soweit eben dasjenige reichte, was irgendwann einmal in Langen-Schwalbach, in Frankfurt, vom Tonfall dieser Sprache an mein lauschendes Ohr geweht war, was ich an Brocken Ihres Wortschatzes da oder dort aufgelesen. Worauf es ankam war, aus einem Nichts von Material, etwas für den Augenblick hinlänglich Verblendendes zu machen. Darum sagte ich, nicht etwa breit und platt, wie Unwissende sich wohl das Englische vorstellen, sondern mit den Spitzen der Lippen, säuselnd und die Nase dünkelhaft über alle Welt erhoben, »I certainly do, sir, of course, sir, quite naturally I do. Why shouldn't I? I love to, sir. It's a very nice and comfortable language. Very much so indeed, sir, very. In my opinion, English is a language of the future. Sir, I'll bet you what you like, sir, that in fifty years from now it will be at least the second language of every human being. Warum wenden Sie denn so die Nase in der Luft herum? Das ist nicht nötig. Auch Ihre Theorien sind überflüssig. Ich habe nur nach Ihren Kenntnissen gefragt. Parla Italiano? In demselben Augenblick wurde ich zum Italiener und statt säuselnder Verfeinerung überkam ich das feurigste Temperament. Froh erhob sich in mir, was ich je aus dem Munde meines Paten Schimmelprester, der des Öfteren und Längeren in jenem sonnigen Lande gewesen war, von italienischen Lauten gehört hatte und indem ich die Hand mit geschlossenen Fingerspitzen vor dem Gesicht bewegte, plötzlich aber alle ihre fünf Finger weit auseinander spreizte, rollte und sang ich Ma, Signore, che cosa mi domanda? Sono veramente innamorato di questa bellissima lingua, la più bella del mondo. Ha bisogno soltanto d'aprire la mia bocca e involontariamente diventa il fonte di tutta l'armonia di quest'idioma celeste. Si, caro Signore, per me non c'è dubbio, c'è gli angeli nel cielo parlano italiano. Impossibile d'immaginare che questa beata creatura si servano di una lingua meno musicale. Halt, befahl er. Si fallen schon wieder ins Poetische und Sie wissen doch, dass mir schlecht davon wird. Können Sie das nicht lassen? Für einen Hotelangestellten schickt es sich nicht. Aber Ihr Akzent ist nicht übel und über einige Sprachkenntnisse verfügen Sie, wie ich sehe. Das ist mehr, als ich erwartet hatte. Wir wollen einen Versuch machen mit Ihnen, Knoll. Krull, Herr Generaldirektor. Ne me corrigir pas. Meinetwegen können Sie Knall heißen. Welches ist die Rufname? Felix, Herr Generaldirektor. Das passt mir auch nicht. Felix. Felix, das hat etwas zu Privates und Anspruchsvolles. Sie werden Armand genannt werden. Es macht mir die größte Freude, Herr Generaldirektor, meinen Namen zu wechseln. Freude oder nicht, Armand heißt der Liftboy, der zufällig heute Abend den Dienst quittiert. Sie können morgen statt seiner eintreten. Wir wollen einen Versuch als Liftboy mit Ihnen machen. Ich wage zu versprechen, Herr Generaldirektor, dass ich mich anstellig erweisen und meine Sache sogar besser machen werde als Eustach. Was ist mit Eustach? Er fährt zu hoch und zu tief und macht böse Stufen, Herr Generaldirektor. Allerdings nur, wenn er seinesgleichen fährt. Mit Herrschaften, wenn ich ihn recht verstand, gibt er besser Acht. Diese Ungleichmäßigkeit in der Ausübung seines Amtes fand ich nicht löblich. Was haben Sie hier zu loben? Sind Sie übrigens Sozialist? Nicht doch, Herr Generaldirektor. Ich finde die Gesellschaft reizend, so wie sie ist und brenne darauf, ihre Gunst zu gewinnen. Ich meinte nur, wenn man seine Sache kann, sollte man es gar nicht fertig bringen, darin zu pfuschen, auch wenn es nicht zu sehr darauf ankommt. Sozialisten, nämlich können wir in unserem Betrieb ganz und gar nicht brauchen. Ça va sans dire, Monsieur Le. Gehen Sie jetzt, Knull. Lassen Sie sich im Magazin drunten, im Souterrain, die gehörige Livret anpassen. Die wird von uns geliefert, aber nicht das zugehörige Schuhwerk. Und ich mache Sie aufmerksam, dass das Ihre... Das ist ein ganz vorübergehender Fehler, Herr Generaldirektor. Er wird bis morgen zu voller Zufriedenheit behoben sein. Ich weiß, was ich dem Etablissement schuldig bin und versichere, dass meine Erscheinung in keinem Punkt zu wünschen übrig lassen wird. Ich freue mich außerordentlich auf die Livret, wenn ich das sagen darf. Mein Pate Schimmelprester liebte es, mich in die verschiedensten Kostüme zu stecken und lobte mich immer dafür, wie richtig ich mich in einem jeden Ausnahm. Obgleich das Angeborene ja eigentlich kein Lob verdient. Aber eine Liftbäumontur habe ich noch nie probiert. Es wird kein Unglück sein, sagte er, wenn Sie darin den hübschen Frauen gefallen. Adieu. Sie sind dann für heute hier nicht mehr nötig. Sehen Sie sich Paris an heute Nachmittag, fahren Sie morgen früh mit Eustache oder einem anderen ein paar Mal auf und ab und lassen Sie sich den Mechanismus zeigen, der einfach ist und nicht über Ihren Verstand gehen wird. Er will mit Liebe gehandhabt sein, war meine Erwiderung. Ich werde nicht ruhen, bis ich nicht die kleinste Stufe mehr mache. Du rest, Monsieur le Directeur General, fügte ich hinzu und ließ meine Augen schmelzen. Les Paroles me manques pour exprimer. C'est bien, c'est bien, ich habe zu tun, sagte er und wandte sich ab. Nicht ohne, dass sein Gesicht sich wieder zu jener eklen Grimasse verzog. Mich konnte das nicht verdrießen. Spornstreichs, denn es lag mir daran, noch vormittag besagten Uhrmacher zu erreichen, begab ich mich eine Treppe hinab ins Kellergeschoss, fand ohne Mühe die mit Magazin bezeichnete Tür und klopfte. Ein kleiner Alter las durch seine Brille die Zeitung in dem Raum, der einem Trödelspeicher oder der Kostümkammer eines Theaters glich, so viel bunter bedienten Staat war dort aufgehängt. Ich brachte mein Anliegen vor, dass im Handumdrehen Erledigung finden sollte. Et comme ça, sagte der Alte, tu voudrais t'apprêter, mon petit, pour promener les jolies femmes en haut et en bas? Diese Nation kann es nicht lassen. Ich zwinkerte und bestätigte, dass das mein Wunsch und Auftrag sei. Nur flüchtig maß er mich mit den Augen, nahm eine der Sandfarbenen rot garnierten Livreen, Jacke und Hose von der Stange und packte sie mir ganz einfach auf den Arm. Wäre nicht eine Anprobe ratsam, fragte ich. Nicht nötig, nicht nötig, was ich dir gebe, das passt. Dans cette emballage, la marchandise attirera l'attention des jolies femmes. Der verhutzelte Alte hätte wirklich etwas anderes im Kopf haben können. Aber er redete wohl ganz mechanisch und ebenso mechanisch zwinkerte ich zurück, nannte ihn zum Abschied mon Onkel und schwur, dass ich ihm allein meine Karriere zu danken haben würde. Mit dem Aufzug, der bis hier hinunterging, fuhr ich zum fünften Stock hinauf. Ich hatte Eile, denn immer beunruhigte mich ein wenig die Frage, ob denn auch Stanko in meiner Abwesenheit meinen Koffer in Frieden lassen würde. Unterwegs gab es Klingelzeichen und Aufenthalte, Herrschaften, bei deren Eintritt ich mich bescheiden an die Wand drückte, beanspruchten den Lift. Schon gleich in der Halle eine Dame, die nach dem zweiten Stock, im ersten ein englisch sprechendes Ehepaar, das nach dem dritten verlangte. Die einzelne Dame, welche zuerst einstieg, erregte meine Aufmerksamkeit. Und allerdings ist hier das Wort Erregen am Platze, denn ich betrachtete sie mit einem Herzklopfen, das nicht der Süßigkeit entbehrte. Ich kannte diese Dame, obgleich sie keinen Glockenhut mit reier Federn, sondern eine andere, breitrandige und mit Atlas garnierte Kreation auf dem Kopf getrug, über die ein weißer, unterm Kinn zur Schlinge gebundene und lang auf den Mantel herabhängender Schleier gelegt war, und ob gleich auch dieser Mantel ein anderer war als gestern, ein leichterer, hellerer, mit großen, umsponnenen Knöpfen, konnte nicht der geringste Zweifel sein, dass ich meine Nachbarin von der Duan, die Dame vor mir hatte, mit der mich der Besitz des Kästchens verbannt. Ich erkannte sie vor allem an einem Aufreißen der Augen wieder, dass sie während der Auseinandersetzung mit dem Zöllner beständig geübt hatte. Das aber offenbar eine stehende Gewohnheit war, da sie auch jetzt ganz ohne Anlass jeden Augenblick wiederholte. Überhaupt ließen ihre an sich nicht unschönen Züge eine Neigung zu nervöser Verzerrung merken. Sonst gab es nicht, so viel ich sah, an der Komplexion dieser Brünetten von 40 Jahren, was mir die zarten Beziehungen hätten verleiden können, in denen ich zu ihr stand. Ein kleines dunkles Pflaumbärtchen auf der Oberlippe kleidete sie nicht übel. Auch hatten ihre Augen die goldbraune Farbe, die mir stets an Frauen gefiel. Wenn sie sie nur nicht immerfort so unerfreulich aufgerissen hätte. Ich hatte das Gefühl, ihr die zwanghafte Gewohnheit, gütlich ausreden zu sollen. Aber so waren wir denn gleichzeitig hier abgestiegen, wenn ich auf meinen Fall das Wort Absteigen anwenden durfte. Ein bloßer Zufall hatte verhindert, dass ich ihr nicht schon vor dem leicht errötenden Herrn in der Rezeption wieder begegnet war. Ihre Nähe im engen Raum des Fahrstuhls benahm ihr recht eigentümlich den Sinn. Ohne von mir zu wissen, ohne mich je gesehen zu haben, ohne meiner auch nur jetzt gewahrt zu werden, trug sie mich gestaltlos in ihren Gedanken seit dem Augenblick, gestern Abend oder heute Morgen, wo ihr beim Ausleeren ihres Koffers das Fehlende des Kästchens auffällig geworden war. In dieser Nachstellung einen feindlichen Sinn beizulegen, konnte ich mich, so sehr das den um mich besorgten Leser verwundern mag, nicht überwinden. Dass ihr mein Gedenken, ihr Fragen nach mir, die Form gegen mich gerichteter Schritte annehmen könnte, dass sie vielleicht von solchen Schritten gerade zurückkehrte, diese naheliegende Möglichkeit kam mir flüchtig zwar in den Sinn, brachte es aber dort zu keiner ernstlichen Glaubwürdigkeit und vermochte nicht aufzukommen gegen den Zauber einer Situation, in welcher der Fragenden der Gegenstand ihres Fragens, ohne dass sie es ahnte, so nah war. Wie bedauerte ich, bedauerte es für uns beide, dass diese Nähe so kurz befristet war, nur bis zur zweiten Etage reichte. Als die, in deren Gedanken ich war, ausstieg, sagte sie zu dem rothaarigen Liftführer Merci Amon